5, 4, 3, 2, 1, 0. Die Raumsonde Solar Orbiter ist am Morgen von Cape Canaveral aus in Richtung Sonne gestartet. Das Gemeinschaftsprojekt von ESA und NASA hob um kurz nach 5 Uhr mittlereuropäischer Zeit an Bord einer Atlas-5-Rakete ab. Der Orbiter mit seinen 10 Instrumenten an Bord wird sich der Sonne bis auf 42 Millionen Kilometer nähern. Um den Temperaturen von bis zu 600 Grad zu widerstehen, ist er mit einem speziellen Hitzeschild ausgerüstet. Untersucht werden sollen unter anderem die Sonnenwinde, das Magnetfeld und das Wetter der Sonne. Zum ersten Mal überhaupt werden die Polregionen unter die Lupe genommen. Die Forscher erhoffen sich unter anderem Erkenntnisse darüber, wie sich die Ereignisse der Sonne auf die Erde auswirken. Anders als frühere Sonnensonden ist der Solar Orbiter nicht mehr blind. Er hat Geräte dabei, die tatsächlich auf die Sonne blicken können. Gesteuert wird der Solar Orbiter vom ESA-Kontrollraum in Darmstadt aus.